Alle Einreisende werden den Nachweis vorlegen müssen, dass sie entweder geimpft, getestet oder genesen sind. Ohne Nachweis wird eine zehntägige Quarantäne verhängt, begleitete Kinder unter 15 Jahren sind von den Auflagen befreit, wie aus der Verordnung am Montag hervorgeht. Neben den Kindern können künftig nur noch Landwirte, die ihr Land auf beiden Seiten der Grenze bearbeiten, auflagenfrei einreisen. Sie müssen aber Slowenien nach höchstens 10 Stunden wieder verlassen. Für die Durchreise etwa nach Kroatien oder für Pendler sind in der Verordnung keine Ausnahmen der 3G-Regel mehr vorgesehen. Mit der neuen Regelung schafft Slowenien die Liste der Risikoländer, die bisher für die Einreiseregeln ausschlaggebend waren, ab.